Leute, heute spielen Ben und ich wieder eine wunderbare, freshe, neue Folge Minecraft. Und zwar, heute geht es hier um diesen Computer. Der analysiert uns hier gerade. Ben ist natürlich auch mit von der Partie. Ich bin Usain Bolt. Und der hat ziemlich krasse Sneaks an. Habe ich auch Sneaks an? Ja. Okay. Ah, guck mal, Ben. Diese Boots sind Magnet-Boots. Wir können nicht die Leertaste drücken. Okay. Ich kann die Leertaste drücken, wirst du? Das geht schon los. Ich weiß, also ich kann sie auch drücken, aber sie funktioniert halt nicht. Also, Ben, wir müssen hier schon escapen. Es geht schon los. Können wir die ansprechen? Ach, es geht jetzt schon los. Ja, ja, ja. Ja, jetzt sehe ich eine Kiste. Oh, äh. Kiste. Ich dachte, ich hätte da drüben was gesehen. Magnetische Boots. Können wir die einfach ausziehen? Können wir die ausziehen? Ah. Boah, wir sind so clever, Ben. Ausgebreitet, weil die gleiche Momente hier in die gleiche Idee ist. Okay. Ja, hier durchschwimmen natürlich, das sehe ich da sofort. Kann man da durchschwimmen? Ja, ja, kann man. Nee, nee, passt nur einer durch. Fett Arsch. Das war eine Lüge. Wir haben den ersten Test hier bestanden. Jetzt kann man sie nicht mehr ausziehen. Oh, echt jetzt? Kacke. Okay. Der Computer wird also scheinbar immer schlauer von Level zu Level. Hier ist eine Leiter auf jeden Fall. Wo? Aber die bringen uns jetzt so gering. Wo ist die Leiter? Außen. Ach so, du hast den F5-Modus activated. Okay. Oh, oh. Hier ist ein Stuhl. Ha. Ich habe es geschafft, Ben. Bin raus. Ich auch. Okay. Hier sind wir gekommen. Dann nehmen wir mal jetzt die Leiter. Die war eigentlich auf der anderen Seite. Hm. Hier. Okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt... Das ist eine Falltür. Ah, hier lang, hier lang. Ah, okay. Aber wie geht denn das? Ja. Scheiße, wie hast du es darüber geschafft, Ben? Bin ein Masterspringer. Du hast nicht einfach leertastiges Ben drüber gelaufen. Ah, okay. Hat funktioniert. Elena. Okay. Und bist du dann auf das Ding hier? Sofort? Ja. Ah, okay. Stark, 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 stark. So. Wir können hier jetzt runterklettern. Nächstes Level. Zack. Okay. Wir sind da. Wir sind schon wieder hier entwischt. Das wird immer schwieriger, habe ich das Gefühl. Hier ist was. Eine Kamera. Kann man damit was machen? Der beobachtet uns, Ben. Brauchen etwas, was Eis schmilzt oder so? Wir können die Schuhe jetzt abnehmen. Stand da. Ah, nice. Dankeschön, Herr Robotzen. Sie sind mein Lieblingsrobotzen. Das heißt, hier oben ist safe was. Hm. Aber ich sehe nichts. Das Eis zum Schmelzen bringen. Vielleicht mit der Kamera. Kamera, gehen. Geht nicht. Hä? Easy. Oha. Easy. Wir haben doch aber gar nichts gemacht. Einfach mit unseren Gedanken. Oder? Hast du was gemacht? Nö, ich habe gar nichts gemacht. Ihr habt gar nichts gemacht. Profi-Gamer. Ah, okay. Huch. Da ist es wieder zu. Wir müssen ein Merk-Spiel spielen. Ja, ja. Ein Erinnerungsspiel. Hm. Weil Menschen angeblich schlecht sein sollen. Okay. Es kommt jetzt ein Muster, ein Farbmuster. Und wir müssen es dann verschwinden. Und wir müssen... Oh Gott. Oh, oh. Aber wann hört es auf? Ich mache von... Rot, gelb, orange, grau, schwarz. Rot. Rot, gelb, orange, grau, gray, schwarz. Schwarz, correct. Noch mal. Mach du von rechts, ich von links. Okay, okay, okay. Weiß, rot, gelb. Oh Gott, ich war mir echt nicht sicher. Nice, 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 nice. Schwarz, orange, rot, weiß, gelb. Schwarz, orange, rot, weiß. Ich muss das echt im Kopf merken. Rot, weiß, schwarz. Sorry. Wir sind echt gut. Wir sind ziemlich weit hier schon. Gelb, schwarz, rot. Weiß, gelb, schwarz, rot. Rot, weiß, orange. Tada. Orange, gelb, weiß, rot, schwarz. Orange, gelb, weiß, rot, schwarz. Wie oft? Weiß, gelb, schwarz, rot, orange. Weiß, gelb, schwarz, rot, orange. Aber das ging schnell, aber nicht nachlässig werden. Weiß, rot, gelb, schwarz, orange. Das ist doch das, was wir gerade hatten. Was ist los? Weiß, gelb, schwarz, rot, orange, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist falsch. Correct! Warum? Wie ich einfach schlau bin. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es falsch war. Ja, ja, ja. Ja, okay. Ist das etwa ein? Ein Jump-Moroni? Aber wie... Oh Gott, das müssen wir möglichst schnell schaffen. Oh Gott, das ist ein Speedrun hier. Ein Speedrun-Kurs. Okay, wir sind im Speedrun-Camp. Okay, die erste Runde, die wird nicht gezählt. Aber die zweite. Drei, zwei, eins, los. Oh Gott, man ist überschnell. Alter, wir sind ja überschnell. Erstes zum Warmwerden. Ja, okay. Ich bin auf jeden Fall ziemlich kalt. So, so, so. Bam, 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 bam. Warte noch auf mich, Ben. Warum denn? Das ist auf Zeit. Langsam. Die erste Runde ist nicht auf Zeit, hallo? Ach so. Hä? Ach so, hier muss man sneaken. Bin ja auch noch nicht durch. Oh no. Das ist wie so ein Army-Camp. Ja, ja, ey. Das ist... Oh no, 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 no. Jetzt werde ich abgehangen. Dann muss man hoch die Treppe. Ich werde abgehangen. Mann. Okay, ich warte hier auf dich. Ja, ja, warte ruhig. Ja, ich habe bei diesen einen Jump'n'Rand... Wo ist dein Army ausgerufen? Äh, habe ich... Okay, Treppe muss man hier hoch. Schade. Naja, egal. Lina. Das ist ja die Warmwertrunde. Ja, sagst du, die zweite wird jetzt besser. Ja, die wird jetzt besser. Let's go. Schade, Ben. Nein, nein, ich habe komplett gekrackt, Alter. Schade, Ben. Aber hier ist eigentlich easy. Hier könntest du mich easy holen noch. Sagst du. Ja, easy. Ich habe komplett easy holen. Sekunden. Ah, habe ich voll vergessen. Scheiße, hast du mir hier mich backgebracht. Aber... Ich glaube, es war nicht mit Absicht. Nein, oh Gott. Nein, ich auch, weil du mich abgelenkt hast. Ja, weil du mich schlägst, oder was? Das war zehn Meter davor. Ey, ich war viel besser bei der Warmwertrunde. Das ist deine Aura. Ja. Jum, ich will nicht verlieren. Was ist denn das hier? Zack, zack. Schade. Weiß ich nicht, Lina, was das war. Aber ich bin ja auch im Spinnennetz jetzt. Oh, wie sie ihn überholt hat. Nee, als ob es besser ist, runterzufallen und nochmal zu laufen, als da... Egal. Wichtig ist, dass wir... Zweite Runde. Ich habe wieder gechockt. Die zweite... Oh nein, Leute. Das ist ja... Das ist ja bitter. Jetzt ganz stark. Eine ganz starke, fehlerlose Runde auch rausknallen. Lina ist nervös und wir wissen, sie kommt damit nicht klar. Doch, ich komme damit sehr gut klar mittlerweile. Ich habe Mentalitätsstudium abgeschlossen. Bam! Wie sie es schafft, Alter! Oh, die macht das fehlerfrei. Egal, ein Jump kommt noch. Mentalitäts-Elina am Start! Oh, ne Kacke, Alter. Hä, es kommt noch eine Runde? Ja, scheinbar. Hast du die Schnetz-Runde wahrscheinlich nur, oder? Kannst du haben. Boah, dann kann ich ja doch noch gewinnen. Oh, ich hasse das mit den Zäunen hier. Das ist echt nervig. Da hole ich auch immer übel auf. Oh, Lina ist über am Schwitzen. Ich bin am Schwitzen. Ich rutsche auch schon von meiner Lauftaste hier ab. Die macht auch keine Fehler hier mehr, ey. Das ist ja wirklich komplett... Ich habe einen Fehler gemacht. Da ist Schluss! Wir haben es. Wir haben es. Ja, da hast du komplett rasiert. Was war das? Da habe ich gar keine Chance gehabt. Ich bin im Spinnnetz. Ich kriege nichts. 33 Sekunden war mein Bestes. Bam, bam, bam! Wird das angezeigt? Ja. Also, nein. Mein Bestes war... Nee, nee, das war nicht dein Bestes. Dein Bestes war 36 Sekunden. Ah. Puh, okay. 36, ja. Da warst du ja besser. Drei Sekunden. Nee, hab nicht verrechnet. In Mathe bin ich auf jeden Fall nicht besser. Drei Sekunden. Ah, wir haben einen Durchschnitt, haben wir jetzt entwickelt. Mann, Ben, weil du so schlecht bist. Hallo, wir sind doch weitergekommen. Alles gut. Ich habe schon wieder die Boots an, oder warum kann ich nicht springen? Oh, no. Ich spüre hier schlechte Vibrations. Wir müssen hier einen Jump'n'Roni machen, Ben. Aber ich kann nicht springen. Müssen wir das so machen? Hä? Timer startet! Ach so, okay. Ah, es ist weg, oder wie? Okay. Oh, man. Das ist aber auch ein fieser Vierersprung. Es hat gelaggt. Ich sage es dir, wie es ist. Nein, ich habe den dann auch nicht geschafft. Hat auch gelaggt. Hallo. Ich hoffe, das müssen wir nicht öfter machen. So langsam rutsche ich ständig von meiner Tastatur hier ab. Ist nicht schwer. Es hat for real gelaggt. Ich schwöre, Ben. Ich schwöre. Ja, das hat gebackt, ey. Hast du das gesehen? Ja, ja, ja. Ist bei mir auch immer so. Du warst doch gar nicht so. Doch, ich war so weit. Richtig? Ja, ja. Das ist schon zweimal. Boah, jetzt habe ich es nicht geschafft. Mir hat die Power gefehlt. Ach, man muss da gerade aus? Ich dachte, man muss nach rechts. Ich springe immer nach rechts jetzt, for real. Boah, jetzt bin ich rückwärts runtergelaufen. Hast du das gesehen? Hä? Was ist denn mit uns los? Was ist hier los, Freunde? Jetzt habe ich. Ja, Ben, ja! Aber ich muss es leider auch noch schaffen. Hier ist eine kleine Hilfe. Ah, hier ist eine kleine Hilfe. Ah, ich habe ein Stück von Activated. Ja, nice, Ben. Danke schön. Ansonsten. Oh. Oh, Mann, weil ich es zu schnell machen wollte. Je doller Mann auf die Tastatur. Ich war richtig weit. Ich war richtig weit. Ich schwöre es dir, Vincent. Ich habe es, Ben. Ich habe es. Du hast auch den Leitersprung. Das ging schief bei mir. Das ging in die Hose. Wohin muss ich jetzt? Auf die Druckplatte. Puh. Geschafft, glaube ich. Hoffe ich. Okay, let's go. First try. Wir haben jetzt noch einen Check. Schade. First try. Back to back. Alter, der ist überschwer, der Sprung. Was ist das denn? Ach, man muss auf den anderen. Ja. Das erklärt das natürlich. Oh, den... Oh, nein. Hier rutscht es, Ben. Hier ist es rutschig auf dem Eis. Da würde ich empfehlen, direkt weiter zu springen. Wenn du es mal da hinten schaffst. Auch direkt aus der Hölle, Alter. Kacke. Ja. 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 Das ist jetzt. Das darfst du nicht verkacken, die Lieder. Oh, mein Gott. Alter, dieser eine Ecksprung. Die anderen sind ja alle leicht. Bin da, hinter dir. Aber es ist immer so. Immer wenn wir es dann beide gleichzeitig schaffen, dann schaffen wir es auch. Wo muss ich hin? Auf die Leiter da vor dir. Der war, das schafft man nicht. Ja, ich weiß. Da hat man auch nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Da ist eine Kamera. Hier einfach so. Diesen? Ah. Ah ja, so. Ah, ja. Los, Ben. Mach den Checkpoint. Ich habe so Angst, dass ich das nicht schaffe. Hab ihn. Ich bin hier irgendwo. Kann ich jetzt hier hoch? Alter, guck mal. Ich kann jetzt hier hoch. Juhu. Wir haben es geschafft. Aber hier kommt man nicht weiter. Sicher? Blub schon. Ah, hier muss man rein. Wir sind auf der anderen Seite. Guck mal, da war der Checkpoint, wo ich hochgekommen bin. Ja, wir sind da, wo wir angefangen haben. Ach so, check ich. Das sind Barrierblöcke. Ja, ja. Ja, das ist. Brauchst du nicht das auch ohne Sneak? Nein. Aber warte, ich glaube, wir müssen da hinten hin. Scheiße. Ich habe gegämpelt. Lieder, du darfst jetzt nicht runterfallen. Ich bin wirklich in der Mitte wieder vom Jump'n'Run. Oh, vielleicht ist jetzt das Ende. Das wird ultra cool. Ich kann die ganze Zeit geradeaus. Oh, sie haben es nicht so gemein gemacht. Ja, danke schön, liebes Minecraft IQ Camp. Ta, 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 ta. Jetzt sind wir da. Bam. First Finisher. Hallo, Ben. Guck mal, das sieht aus wie so ein Endportalrahmen, aber mit einem roten Auge. Oh, ist es aufgehört. Wir können fliehen. Boah, das ist ein krasser Effekt. Oh nein, ich fahre runter. Ah, Elytra Ren. Ja, Elytra, haben wir die auf? Elytra. Elytra. Nein, ich wollte nicht fliegen. Start, da ist Start. Start, da ist Ende, okay. Okay, wir müssen in der richtigen Reihenfolge durch die Ringe fliegen. Sollte machbar sein, aber ich weiß schon, nach dem ersten... Solche Dinge können sehr schwer sein. Ja, das stimmt. Wenn wir nicht in unter 85 Sekunden das Rennen beenden, dann haben wir verloren. Ich habe gar nicht lange gewartet. Aua. Oha. Ich habe da alles dagegen gemacht. Wo lang müssen wir denn tun? Hätte ich den Biss falsch gefahren. Ach so, da unten. Penalty. So, Passed Ring. Oh Gott. Kann ich den auch von der anderen Seite passen? Ja, der ist gepasst. Ich habe da einfach einen Penalty bekommen. Alter, wieder. Ich habe auch einen bekommen. Oh, schon wieder, plus drei Sekunden. Ach, man darf den nicht berühren. Ja, ja, plus drei Sekunden. Okay, warte, warte. Wieder drei Sekunden. Ah, schon wieder drei Sekunden. Ich bin schon bei 54 Sekunden. Jetzt darf ich kein Fail mir mehr erlauben. Ansonsten Pass. Smash or Pass? Pass. Pass. Oh nein, ich bin bei... Also, ich bin bei 100 Sekunden. Okay, ich bin bei 76. Ich kann es doch reißen. 85 Sekunden. Oh, das sieht aber sehr gut aus. Das war es. Juhu. Okay, ich habe es geschafft. Aber ich muss es nochmal versuchen. Ach so, man kann auch schneller restarten. 66 Sekunden. Boom. Der Roboter ist echt überrascht, dass wir es geschafft haben. Aber... Ich auch. Wir haben es geschafft. Ich finde es richtig toll. Echt? Ja, wirklich. Voll an der Hand. Die glänzt. Logic und Orientation. Orientierung bin ich ja gut. Das stimmt. Oh Gott, wir sind ein Bedrock-Gefängnis. Wir sollen unsere Schlüssel hier reinpacken. Welche Schlüssel? Frage ich mich auch. Ach, wir müssen in der Welt die Schlüssel finden. Ah, okay. Oh, voll das Prison hier. Das ist komplett hier zugemauert mit Bedrock. Ah, die Map. Die Schlüssel-Map. Die Schlüssel eingezeichnet. Ah, guck hier. Es ist auf. Oh, wie schön. Ein schönes Prison. Leute, das war es mit der heutigen Folge. Wir werden die Schlüssel in der nächsten Episode finden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr da seid, ein Like und ein Abo da. Haut rein. Tschüss. Tschüss.